Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 8 mit allem aus dem Team Pete's Meat und das erste Mal aus meiner Perspektive in 60 Frames. Habe ich da gerade mit Teams gesehen? Echt? Du konntest vorher nicht mit 60 FPS aufnehmen, nice. Du benutzt jetzt die neue Aufnahmemöglichkeit, oder? Absolut korrekt. Geht das bei dir, Pillar? Das funktioniert bei mir ausgezeichnet, auf deinen eigenen Rechner oder benutzt du auch den zweiten Rechner? Den zweiten Rechner habe ich mittlerweile komplett abgebaut. Das Ding ersetzt meinen zweiten Rechner. What? Echt? Nicht schlecht. Okay, das ist krass. Und dann in Connection mit OBS noch? Da freut sich doch die Umwelt. In Connection mit OBS und meine Stromrechnung. Ja, wobei, kannst du die Hälfte absetzen. Ja, trotzdem abzusetzen ist immer noch irgendwie... Oh shit. Scheiße, mit wem fahre ich jetzt noch mal? Ich spiele mit Hardy und Bram. Also könntest du ja... Okay, wir haben ein Teamrennen. Cool. Also Sip und Jack. Na, Hardy. Ja, was ist los? Oh, ich habe schon eine Münze. Ich bin ein Gegner-Team. Welche bin ich eigentlich rot? Ich habe so ein fesches Auto gefunden. Äh, warte mal. Ach komm. Du bist im Team Rot, du bist bei mir am Piet. Genau. Okay. Null. Wow. Oh, das sind ein paar Bandern, ne? Das ist ein Bullshit. Oh, Jay. Mensch, du Vorletzter mit mir im Team. Oh Gott. Immer einmal schlechter als Zepp, würde ich sagen. Okay, wie ist die Lage? Wie ist... Ach, Bram, nicht nach hinten schießen! Oh, lol. Oh shit. Friendly Fire. Ja, ich war hinter dir. Jetzt ist der Christian mich überholt. Ich bin's Motor. Oh shit. Komm, mit diesem 200cc einfach nicht klar. Das ist einfach viel zu krass, ey. Wir können gerne auch noch mal auf 150 zurückgehen. Nein, das ist schon in Ordnung. Nee, ich habe kein Napfer gemacht. Ich würde das ja gerne können. Hör, bei mir bist du runtergefallen. Nein! Jetzt, Bram, ich bin jetzt wieder hinter dir. Ja, jetzt mach bloß keinen Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass bei 200cc auch die Leckdinger ein bisschen krasser sind. Alter Shit. Ja, ich konnte mich entscheiden zwischen Jay und dir. Oh, dann mach ich's. Alles klar. Wir sind alle im gleichen Team. Das bringt halt nix. Lol. Hey. Sepp, fahr mal ein bisschen aus der Mitte weg. Ja. Okay. Ich komme dann hinterher, ne? Mann, diese verfickten Goldficker da. Vorsicht, Jake. Ihr habt die ganzen Raketen. Mann, das kriegt nur diese goldenen Dreckspilze, Mann. Oh, ich hab'n blauen Panzer. Der schießt weg. Äh. Kannst du da jetzt abschießen? Ja. Wow, ey. Boah, absolut. Ich bin durch von daher. Ich bin durch von daher. Boah, absoluter Letzter. Boah, absoluter Letzter. Sorry, Braun. Sorry, Braun. Du musstest mich jetzt echt noch weggeben. Ja. Nein, komm, ey. Das musste jetzt nach eben sein. Ich wusste ja, dass dich keiner mehr holen kann. Oh, wow, ey. Oh, man, ey. Oh, man, ey. Oh, man, ey. Nur vier Punkte, das ist aber ganz schön. Kann ich da an so eine Team-Runde erinnern, wo ich mit Jay zusammen war, wo Jay irgendwie erster war, wo man so ein Team geflamed hat? Nee. Jay, das geht ab, Junge. Nee, das war nicht, oder? Nee, nee, das hast du geträumt gestern. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das war nicht Jay. So ist Jay nicht. So Jay, der freut sich immer, wenn ich vor ihm bin. Team, das war ausgezeichnete Leistung. Da war eine Gotzeb-Geschichte, die ich geschrieben habe. Die habe ich dann wahrscheinlich überlesen. Abgesehen von der Friendly-Fire-Aktion von Hardy. Ja, aber das war was, hey. Ja, stimmt, Bram hat mich auch einmal erwischt. Aber das wusste der nicht, dass ich hinter ihm bin. Tipp, 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 tipp. Komm schon. Oh, shit. Moment, war das die mit Zügen oder die mit Autos? Ja, die mit Autos. Oh, shit. Oder? Die mit Autos. Die mit Zügen ist scheiße. Ich mag Züge. Mensch. Oh, ja. Züge. Oh, Gott. Die kann ich nicht. Team. Ja, Mann. Was heißt denn? Die kann ich nicht, Peter. Dann bist du nur Zweiter, Peter, ne? Boah, topstar schon. Oh, shit. Münzen! Ich bin sechster. Cool. Aber wie hier immer... Oh. Oh, Christian. Jetzt müssen wir mal jetzt zurückfeuern. Oh. Oh, Christian. Jetzt müssen wir mal jetzt zurückfeuern. Ach, fuck you. Teamfahrt nicht gegen mich. Wer ist das? Christian. Das, Chris. Nein. Gegen den darf ich vorgehen, wa? Oh. Boah, krass. Holy shit. Alter, Alter. Danke, Seth. Nein. Was hab ich denn getan? Hast du... Wer hat denn denn... Nein, ich hab nichts gemacht. Ja, komm, ey. Ich bin immer der Arsch. Die Strecke ist aber auch hart schwierig, ey. Hattest du gerade drei rote, Christian? Ne, das ist gelogen. Und jetzt auch noch ein Blitz. Was? Ne. Als zweiter hatte ich keinen Blitz. Hattest du jetzt als zweiteren Blitz. Hattest du jetzt als zweiteren Blitz? Ja, ich hatte noch drei... Drei grünen Blitz. Ich hatte dieses... Oh shit. Wie heißt der? Diese... Diesen... Ich hatte den Blitz. Kommt ein Blau... Oh shit. Nice. Bram hat... Oh, Christian, was brennst du denn? Ja, Peter war direkt hinter mir. Wer hat denn den Blauen abgeschissen? Oh, Hadi, du kleiner... Was denn? Keiner aus meinem Team? Weil dann ist okay. Weil dann... Wer dann... Wer dann aus dem anderen Team war, dann hat der nämlich Christian damit getroffen. Boah, ich bin hart letzter, ey. Ich war dann so dünnig. Bram hat den Blauen abgeschossen. Warte, das stimmt nicht. Ich hab den Blauen abgeschossen. Nein. Du hast was Christian damit nicht. Ich hab doch gefragt, wer erst als... Aber Sepp ist das ja auch nie. Ich hab doch nur gefragt, wer erst als... Da krieg ich keine Antwort. Ich wusste das nicht, ich weiß. Ich wollte nur, dass die sich gegenseitig zanken. Ach, für mich schott das nicht. Dadurch bin ich zweiter. Oh, Hadi ist vorbei, Mann. Ich hab nur ne... Nein! Nicht jetzt den Blitz! Mann, ne! Wer war das? Der hat mich gar nicht... Der hat mich auch gar nicht getroffen. Das ist gut. Der hat mich auch nicht getroffen. Fick dich, Sepp! Ne, ne. Da bist du wohl ein schlechter, ey, ey, ey. Warum machst du denn nur 6 Punkte, ey? Ja, die Map ist es nicht meins. Komma macht ja mehr Punkte auf der Rennstrecke. Sechs Pünktchen, ey. Du bist genauso schlecht wie Sepp. Ne, ich bin gar nicht wie Jay. Ja, wobei, Hadi als schlechteste aus unserem Team ist so gut wie die Besten aus dem Gegnerteam. Passt schon. Ja, man. Hadi ist in den Lappen. Nein! Hey, die Map wollte ich gar nicht auswählen. Was soll die Scheiße? Mann, jetzt hab ich zweimal A gedrückt. Zweimal A? What? Äh, ich hab aus Versehen zweimal bestätigt. Bei mir hast du gar keine Map ausgewählt. Doch, hast du wohl. Äh, äh, die Gold-Dingens-Map. Ja, ich hab wieder die komische Gold-Mine. Ich wollte aber... Stimmt, die wäre schon ein Quarz. Ja, Christian möchte halt auch mal freuen. Ist das scheiße. Und? Ah, schade. Oh, ich darf noch mal, Mensch. Wie Arschade. Deine ist es geworden. Boah, wir sind ja ganz schön scheiße. Wir sind ja ganz schön scheiße. Obwohl eigentlich so ein Peter von denen gut. Hadi hat gerade gezwittert. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja, klar. Das hat er dann gezwittert. Lügt doch nicht, Peter. Einmal schlechter als der Bruder. Wer zwittert der Peter denn? Äh, der ja. Der Peter zwittert, da er jetzt gleich abgelöst wird von seinem ersten Platz. Ja, so. Wobei, der hat 14 Punkte. Mah! Der war dann ganz schön wieder mit dem fucking Bumerang! Oh, scheiße. Jetzt hab ich voll auch und mein Ding weggeknallt. Was hast du geknallt? Ja, mein grünes Ding hab ich weggeknallt. In der Luft! In der Luft! In der Luft! Wo war das gesnipet, war der? Auf ihm war es sich direkt. Oh, ja. Sonst meckerst du ja wieder. Ah, nein! Lol. Alter, was geht denn hier ab? Alter Vater, ey. Jetzt bin ich letzter. Jetzt bin ich letzter. Das ist unruflich. Was ging denn da ab? Harni, welchen Platz bist du? Zweiter. Ist mir egal. Ey! Ist mir egal. Ist mir egal. Ja, mit ner Rakete. Guck mal weg da, Jay, ja? Oh, schon wieder an ner Rakete! Ja, Mann! Du bist reingeheizt! Nice! Schön. Oh, shit, da sind Bananen! Mann! Also keinen blauen Panzer jetzt, bitte. Alter, ich flieg viel zu weit. Boah, ey! Ich krieg immer nur diese Fick-Scheiß-Dinger! Okay, ich bin soeben. Der kam von Sepp! Ja, soll ich denn machen? Alter, Sepp, ich bin der Erste! Ich kann die doch nicht abwählen, oder? Ey, Bramme! Nicht die Bombe! Jetzt bin ich letzter, wow! Ja, du bist der letzte? Ja, Mann! Die ist genau von meiner Fresse liegen geblieben. Boah, das tut mir leid. Ja, das tut mir wirklich leid. Ich wusste gar nicht, dass ich wieder rot habe. Ja, ich glaub dir das! Aber ich redet nix an, dass ich jetzt hart letzter bin. Scheiße, Sepp ist vor mir. Aber nicht mehr lang, ich hab die Kurven richtig kacke genommen. Jawoll, Erster! Ja, und den Grünen noch auf jeden Fall. Aber wenigstens noch vierter am Ende. Ja, Alter, da war aber knapp für dich. Was ist eigentlich für ein Schwänzchen, ey? Ja, ich war grad Erster! Boah, Hadi, ey, was geht denn da? Das ist scheiße. Cheat die Kacke. Hadi, das ist die falsche Reaktion, du musst sagen. Ja, hätte mich die Bombe von dir nicht getroffen, Bram, dann wär ich jetzt ganz woanders. Ja, das stimmt allerdings. Boah, guck mal, jetzt bin ich schon genauso punktemäßig schlecht wie Sepp. Boah, krass, ey. Ja, ey, ich hätte das gedacht, dass du das mal so wirst. Ja, stimmt, Sepp, wir sind ja sowieso die ewigen Letzten hier. Wir sollten einfach mal nur Counter-Strike spielen. Oh ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, stimmt, ihr habt ja jetzt sogar den großen AK-Künstler in eurer Gruppe. Ach Gott, wieso musste der eigentlich als erster AK werden? Gib uns doch ein Spiel, Hadi, machen wir auch, easy. Wer wurde AK? Ich. Hadi wurde AK. Hadi wurde AK? Ja, Mann, das ist auch nur beim Skill angemessen, also bitte. Hast du die im DLC gekauft, oder was? Nein! Ja, wahrscheinlich. In der Kiste hatte ich die. Ach so! Die Sau, der hatte nur das Glück als erster von uns AK aufgewertet zu werden. Das stimmt allerdings. Ja, Road to Global Elite, würde ich sagen. Ab 500 geöffneten Kisten kriegst du wahrscheinlich einen Rang schneller oder so. XP-Boost. Oh, scheiße, ich hab den Staat verkackt. Ja, voll. Ich war mit dem Rülpsen beschäftigt. So, Abgang kann ich kacken und Rülpsen gleichzeitig, ne? Haben wir ja nicht die letzte Runde in den, äh, Brandlis-Sack? Brandlis-Brot, Digga, haben wir den unentschieden gespielt oder haben wir die gewonnen? Oh, shit. Ne, die haben unentschieden gespielt, die haben wir entschieden, ja. Mit dem WL da, der stimmt nicht immer her, das verteilt hat. Hast du dich noch an die Mädchen erinnern, die uns platt gemacht haben? Die Folge ist heute rausgekommen. Echt, kann die heute? Ja. Und irgendjemand hat dem ganzen einen richtig netten Namen gegeben. Boah, wie ich die Kurve hier einfach nicht kann, weil... Wie hieß die denn? Jawoll. Ja, weiß ich nicht. Hä? Jawoll! Okay, die Fünfter, Vierter... Ah, scheiße! Oh, Mann! Guck mal, von hinten hat es angeflogen. Die Folge hieß, die Lutschen Schwänze nachts. Nee, das war nicht die, wo wir gegen die Mädchen gekämpft haben, auch weil die, wo Jay gesagt hat... Nein, Mann! Alter, nein! Das wäre ja die gleiche Karte gewesen. Ja, das ist richtig. Wow, und ihr habt auch die Fresse gekriegt. Nein, das stimmt überhaupt nicht, wir haben die platt gemacht. Ach, komm schon mit deinem komischen... Nein, in der Folge, die Lutschen Schwänze nachts. Ach so. Boah, scheiße, ich mache hier gerade so ein Bullshit. Boah, ich aber auch. Oh, Christian, pass auf! Das ist einfach zu schnell, Mann. Es ist echt richtig. Oh, Mann! Oh, Mann! Wo davon ist Jay! Oh, ich wundere! Einfach viel zu schnell. Okay, das funktioniert schon nicht. Boah, Jay, ich muss doch... Danke, Jay! Boah, Alter, da kommen die Grünen hin. Ja, war da hingeschossen, da war Bram. Oh ja, geil gemacht, Peter. Nice gemacht. Oh, Chris. Ach, doch nicht. Christian! Fahr nicht gegen mich. Nein, in dem Moment fällt dieses Komische, dieses Sprungschein zu runter, wie Arschloch. Ach komm, da kommt doch der Grüne ab, willst du mich verarschen? Ja. Jawohl, machen wir, Peter! Jawohl! So läuft das. Und dann kommt der noch ein Roter, willst du mich verarschen hier? Alter, guck dir mal unser Teammate an, Bram. Jawohl! Nein! Ohne Witz krieg ich die Rote ab, dann kriegt er noch ne Racki. Alter, ich hab die Kurve jedes Mal verkackt. Wieso Grube? Jedes Mal. Dann machst du halt nix, wenn du das zum Stimmass hast du halt verloren. Einfach zu schnell. Jay. Wie Jay über seinen eigenen Witz gelacht hat. Ich hab 11 Punkte, ich bin ultra schlecht. Schau mal uns nochmal an. Ja, das war auch Sarkasmus. Bram, bist mir ganz schön nah gekommen. Aber nice. Ein Punkt, ja. Na ja. Ganz schön sexy. Boah, wenigstens ist er zweiter geworden. Jetzt ist er nicht so stark. Let's look at the... Könnt ihr eigentlich... Ich bin sogar noch voll letzter. Voll gut. Ich kann euren scheiß Pokal hin und her bewegen. Top. Ernsthaft? Ja. Nice. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Auf Wiedersehen. Da genau das nennt man sich und... Entschuldigung im attainmenterowany...